Das ist Radio mit Kav und Steffen und Felix. Wenn du das hörst, dann laufe ich bereits im Radio und im Fernsehen. Du läufst schon, oder was? Jetzt bin ich auch da. Wenn ihr das hört, dann laufen wir im Radio oder bei YouTube. Also bei Sputnik, Fritz oder auf dem Podcast. Oder wir laufen auf euren Nerven. Player eures Vertrauens. Guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Ich habe gerade ein falsches Mikrofon reingeredet. Manchmal passiert mir das auf der Bibel auch, dass ich so eine Flasche habe und ein anderes Mikrofon. Und dann rede ich so in die Flasche rein und dann sage ich, das hört jetzt gar nicht mal an. Das stimmt gar nicht. Das ist hier noch nie passiert. Ach Steffen, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen, alter Frische. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, war nachts. Und es war in Linz. Eine Linzer Sommernacht an der Donau. So warm, ich liebe ja, ich liebe wirklich, Sommer ist wirklich einfach mein Film. Ich liebe das auch, mir kann es gar nicht zu warm sein, weil ich liebe es, wenn es so richtig doll warm ist, so dass man nachts in T-Shirt und kurzer Hose, dann ist es genau richtig warm für mich. Ja, dafür kannst du dich freuen. Perspektivisch wird das wohl immer mehr der Fall auf der Welt, auch hier in Europa. Ja, es war, also Linz war wirklich richtig heiß. Ich bin wirklich, ich hatte, ich habe einmal so einen Todesmarsch gewagt und bin quasi vom Festivalgelände rüber auf die Altstadtseite, über den Fluss, über die Donau, über die Brücke und die Brücke, die, also da ist ja null Schatten. Und das war so, das hat wirklich ein bisschen Nerven, Gehirnzellen. Und der geprustet. Also da hat eigentlich nichts weggeschmort. Ich hatte von einem Kumpel von uns, der auch da war, Thomas, liebe Grüße, der hatte so ein Buckethead. Ich hatte erstmal so einen coolen Buckethead auf und war da gleichzeitig so ein bisschen sonnengeschützt. Und ich sah richtig aus wie ein Idiot. Das war irgendwie, das war, also bei mir, mir stand das nicht, dem Thomas steht das aber. Ja, und zumal, das hat es dann aber auch geklappt, dass sich dann auch nicht so viele Leute vielleicht erkannt haben. Das war ja mal die Theorie. So ein Buckethead tut einem Erscheinungsbild maßgeblich verändern. Auf jeden Fall. Aber du hast ja auch eine gute Beobachtung zu so Bucketheads gehabt. Das Interessante ist, dass man das ja so als Sonnenschutz ja trägt. Ja, eigentlich, ja. Und gleichzeitig sind es aber auch die Leute mit Bucketheads, die ja in den Gegend kommen, die immer am meisten Sonnen verbrannt und so voll sonnenbesoffen sind. Ja, die, also vermeintlich Wert drauf legen, Achtung, Sonne, mein Körper, mein Body ist mein Tempel. Aber die Leute mit diesen Mützen sind die, die da am Ende gar nicht mehr gehen können. Trotz dieser Willenskraft. Wir haben dann so entgegen wie so Radieschen, so ganz rot, knallrote Haut und so ganz verbrannte Haut und besoffen. Ja, aber es war schön. Hey Steffen, das war was. Jetzt, ich habe überlegt, Steffen, heute ist ja quasi die erste Sendung nach unserem Festivalsommer. Ja, der Festivalsommer, so schnell wie er losging mit Kraftklub, ist er auch schon wieder vorbei. Eine neue Ära wird eingeleitet oder wie man sagt. Genau, ich würde sagen, wir machen unsere beliebte Rubrik, die großen fünf, definiert von Steffen und Feest. Das ist ja so eine ganz bekannte Rubrik. Ich würde sagen, das können wir ja machen heute und ranken unsere Auftritte in diesen Sommer, würde ich sagen. Die Top fünf von den vier. Jetzt, wo ich es ausspreche, klingt es mega langweilig, aber ich habe es gestern gemacht, weil ich das so, okay, ich wurde gefragt, was denn von den Sachen, die wir gespielt haben, im Sommer am meisten Bock gemacht hat. Und da habe ich eine relativ klare Meinung zu gehabt. Ja, ich kann das gerne machen, dann nütze ich dann die Pause mal kurz und machen mir auch nochmal Gedanken. Aber ich glaube, ich habe es schon eigentlich im Kopf, ich kann das Freestyle machen. Ich hätte auch noch Geburtstag, das kann ich auch noch erzählen. Oh ja. Und ich war auch noch bei einer Band auf einem Konzert, die uns ganz früher mal mitgenommen hat auf Tour und hat da auch so die Nostalgie gekickt. Das war ein schließender Kreis irgendwie diesen Sommer. War richtig geil. Ja. Das alles werden wir jetzt hier erzählen und Steffen, ich denke, du wirst auch noch was erlebt haben ohne mich. Ja, ich habe auch ein bisschen was auf der Pfanne, aber ich habe es vielleicht noch nicht so richtig sammeln können im Kopf. Es ist jetzt, heute ist Montag, wir sind gestern Abend erst wiedergekommen aus Linz. Ich bin doch ganz schön breiig alles, aber wir schaugeln das heute schon. Aber wir haben uns ja verabschiedet, du hast ja quasi mit deiner Band Tränen, hast du ja einen Tag vorher schon gespielt beim Festival. Bliebst dann quasi eine Nacht länger, dann hast du mit uns gespielt und bist dann aber nicht mit uns im Bus nach Hause gefahren, sondern Ehrenmann, wie du bist, bist du quasi noch geblieben mit Tränen, um am nächsten Tag schön mit einem Sprinter sieben Stunden durch die Sonne nach Hause zu buckeln. Einer muss das Ding doch nach Hause schaukeln, weißt du. Da dachte ich, aber auf diesen sieben Stunden Autofahrt, da hast du bestimmt Zeit gehabt, das den ganzen Sommer noch mal zu rekapitulieren. Und da blickt man so aus dem Fenster und macht sich doch Gedanken für die Sendung quasi. Ja, doch, 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 das stimmt. Genau. Macht euch auf was gefasst. Ey, apropos Tränen, dann würde ich jetzt mal direkt meinen Song spielen, meinen Song der Woche, ist von der Frontfrau von den Tränen, von Gwen Dolan. Die hat ja auch ein Solo-Projekt. Alle haben ja verschiedene Solo-Projekte. Selbst die Frontfrau von den Tränen, Stefan, hat ohne dich auch noch mal ein Solo-Projekt. Es franzt immer mehr aus. Das ist eine Matrix, ein Gewirr. Genau, und die hat einen neuen Song ausgebracht und der finde ich richtig gut, der heißt Mies präpariert. Und würde ich jetzt hier mal direkt in unserer Sendung zocken. Und dann hören wir uns gleich weiter, äh wieder Steffen, und müssen diesen Sommer rekapitulieren, weil es war irgendwie, ich bin richtig, ich habe ein gutes Gefühl irgendwie bei diesem Sommer. Ich gehe richtig happy hier raus. Bis gleich. Da sind wir wieder, Radio mit K, Steffen Israel, Felix Bromöhr. Entscheidet selbst, gefällt euch Gwen Dolan mit oder ohne Steffen Israel besser? Das war Mies präpariert irgendwie. Das war jetzt ganz ohne dich, der Track. Oder hast du da trotzdem deine Finger mit dem Spiel gehabt? Nee, gar nicht. Das ist ja, Gwen's Solo-Ding, deswegen. Ja, cool. Ja, ich finde es richtig super. Aber ich finde Tränen auch super. Ach, das ist doch wie immer. Ach, das ist alles super. Ich finde, der Song ist auch super. Schön, dass du, wie du spielst. Steffen, wir waren bei diesem Lido-Ding und ich habe Geburtstag gefeiert. Du hast Geburtstag gefeiert. Alles Gute nachträglich. Vielen Dank. Im Namen der Firma, Radio mit K. Mir sind zwei Sachen aufgefallen, wenn man so in so einem Band-Kontext, in einem Auftrittskontext, wir sind irgendwo unterwegs als Gruppe und dann hat man Geburtstag. Also mir sind zwei Sachen eingefallen. Einmal ist mir eingefallen, dass ich schon mal auf der Bühne Geburtstag hatte. Weißt du das noch, Steffen? Dass wir mal auf der Bühne reingefeiert haben in meinen Geburtstag. Das war ein Festival in Belgien oder sowas. Kann das sein? Ich weiß nicht mehr. Es kann sein, Luxemburg, irgend sowas da drüben. Irgend sowas, ne? Ich weiß gar nicht genau. Es war legendär. Im nahen Ausland. Wir hatten auch überlegt, wie können wir dich überraschen? Wie können wir dir eine Freude bereiten an deinem Ehrentag? Und an dem Tag hat auch Peter Fox gespielt damals. Und wir hatten diese Zeile bei Scheiß in die Disco, hatten wir eine Zeile von Peter Fox, wolltest du mausen? Aus irgendeinem Song von ihm, wo er rappt. Wie gehen die nochmal? Überall liegt Scheiße, man muss eigentlich schweben. Die haben wir quasi gesampelt gehabt, glaube ich. Er wollte uns das Original nicht geben. Er hat gesagt, nee. Ich weiß nicht, ob er das nicht uns geben wollte oder ob das Label, irgendwas war da. Wir mussten das für die Platte neu klieren. Wurde nicht freigegeben, ja. Genau, es wurde nicht freigegeben und wir haben das dann selber noch nachgesprochen. Ist die Zeile nicht sogar auf dem, dann im Original sozusagen, die Zeile wollte uns das Label nicht geben? Also quasi, ist das die Zeile nicht, die wir da standig nahe geräumt haben? Stimmt, ja. Ich glaube, auf Platte ist es so. Live war das nicht so. Aber stimmt, auf Platte ist es so. Ja, lange nicht mehr angehört. Das ist ein K-Album. Genau. Und dann habt ihr die Idee gehabt, ihr fragt Peter Fox, ob er diese Zeile dann aber live rappen will. Ohne mir das aber zu sagen. Genau, ohne das sozusagen als Überraschung. Also endlich so, jetzt mach das mal wirklich. Surprise, genau. Und dann kam der Song und an der Stelle, wo der Song kommt, Musik aus, dein Mikrofon auch aus. Und Peter Fox kommt so rein und nailt halt die Zeile. Das war schon geil. Und dann die Krönung war aber noch, dass wir meinten, ja und dann kannst du ja eine Torte auf die Bühne bringen und die einfach ins Gesicht schreit. Das war ja nicht Peter Fox. Peter Fox kam auf die Bühne. Das war wirklich eine einigermaßen absurde Situation. Ich wusste es nicht. Achso, das war gar nicht Peter Fox. Ich wusste nicht, was ist passiert. Ich wurde quasi überrascht damit, dass mein Mikrofon aus war, die Band aufhört zu spielen. Peter Fox auf die Bühne kommt, diese Zeile rappt, dann auch noch mir so ein Geburtstagsständchen singt in meiner Erinnerung. Und er hat zumindest so Happy Birthday-Face. Ich gucke so rüber, bin so krass und so. In diesem Moment kommt Linus, mein Kumpel, auf die Bühne mit einer Torte. Ich sehe das aber nicht. Tippt mir auf die Schulter. Ich drehe mich um und er haut mir auf dieser Bühne diese Torte ins Gesicht. Und das krasseste ist eigentlich, also auf der Bühne vor dem Publikum kriege ich so eine volle Torte ins Gesicht. Ich aber eh schon irgendwie oberkörperfrei. Damals habe ich mich noch ständig ausgezogen auf der Bühne. Andere Zeiten damals. Ich kriege auf der Bühne diese Torte ins Gesicht. Das war, glaube ich, eher wie eh auch der letzte Song. Und ich fand es, glaube ich, todes funny auch. Habe diese ganze Sahne noch im Gesicht, in den Haaren gehabt. Am nächsten Morgen bin ich sie aufgewandert. Habe so gedacht, was schlingt denn hier so krass nach Kotze. Diese Sahne hat so krass gestunken einfach. Und das Krasse ist aber eigentlich, ich glaube, es gibt von dieser ganzen Aktion, in dieser Absurdität, wie ich sie gerade erzähle, die wirklich stattgefunden hat, gibt es, glaube ich, nur ein Foto. Ich glaube aus. Das waren auch in Zeiten, wo man jetzt nicht alle durchgehend gefilmt haben. Das heißt, ich glaube, es gibt wirklich, ich weiß, es gibt dieses Foto, kann ich mal raussuchen, können wir noch in die Show Notes, können wir noch in die Story machen, wo ich diese Torte ins Gesicht bekomme. Aber diese ganze Gesamtaktion, die gibt es, glaube ich, nicht mal auf Video. Ja, das kann gut sein. Das war eine Weile her, da hat noch nicht jeder so ein Handy gehabt und so. Ja, schade. Aber deswegen, in meiner Erinnerung war es auch Peter Fox. Deswegen, dass der einfach wieder Torte war. Und die zweite Beobachtung, die ich gemacht habe an diesem, jetzt am Zeitsprung, wieder jetzt ins Heute, bei diesem Konzert in Linz, quasi diese Gleichzeitigkeit, dass man so, ich habe auf dieser Bühne vor so zwei Stunden vorher, haben wir auf dieser Bühne gestanden und ich so vorne und habe mir so, yeah, gebt mir all eure Liebe und so voll Aufmerksamkeit und ja, ich bade im Applaus der Menge und so und habe damit gar kein Problem. Und dann zwei Stunden später im Backstage ist wieder diese Aufmerksamkeit so auf mir und es ist todesunangenehm. Es ist so ganz, es ist so ganz, ganz unangenehm, wenn man so Geburtstag hat und dann ist diese schräge Situation, dass man so, dass dann so, es wird so kurz was angesungen, dann weiß niemand so richtig, soll ich jetzt zuerst hingehen? Also ich jetzt jemanden zum Ersten umarmen oder wie soll ich es jetzt machen und so? Dann ist man als der Geburtstaghabende, ist man dann fast so ein bisschen so, dass man den Leuten wie so diese unangenehme Situation abnehmen will und geht so auf die Leute zu und holt sich so quasi seine, seine Umarmungen so ab. Es war irgendwie crazy, wie das so, ja, also dann echt so, weil man eigentlich denken müsste, ja, so schlimm kann er ja Aufmerksamkeit nicht finden. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst, das ist immer, das gehört dazu, so ein bisschen muss es unangenehm sein, gerade auf so einem Festival, man will ja auch nicht so, dass es Leute irgendwie vergessen oder so, aber man will ja natürlich auch nicht, dass jetzt irgendwie, ah, die Leute sich, macht euch nicht zu viel Mühe, bitte. Und da war so ein guter, war da ein guter Zwischendurch, hast du eine Torte bekommen, diesmal nicht ins Gesicht, dafür hast du traditionell, aber auch über Sekt diesmal ins Gesicht bekommen. Ja, auf jeden Fall eine Menge Sekt ins Gesicht bekommen und auch da habe ich wieder ein bisschen gestunken. Ich habe dann aber mich dagegen entschieden, das Titel zu wechseln, weil ich dachte, ey, jetzt ist es eh egal, wir sind dann auf eine Aftershow-Party gegangen und das unterfallen mich nicht. Stingen da eh alle nach Sekt. Genau, genau, da hat man dann so, da hat man dann, ähm, da gibt es keine Schwelle mehr, weißt du, man ist dann gleicher unter gleichen ist man. Ja, das wäre auch fair gegenüber den Leuten, die sich ja auch totgeschwitzt haben, ja, und dann hast du es halt mit Sekt gemacht. Genau, das war, ja, das meinte ich, genau. Nee, aber das war ein richtig schöner Geburtstag und auch, weil diese Gruppe, da können wir gleich nochmal dazu kommen, wenn wir jetzt unsere, ähm, Top 5 der, der Festivals machen, ähm, oder der Auftritt in diesem Sommer, äh, dass man ja auch die Gruppe der Leute, die noch im Backstage gechillt haben, hätte ich mir eigentlich fast nicht schöner zusammenstellen können, weil es war irgendwie wirklich ein nettes Line-Up an dem Tag, wo, also so nett im Sinne von so, ich fand alle nett, die da gespielt haben, es war so die, Nina Chuba ist extra noch geblieben, um noch mit reinfeiern zu können, 01999 waren da, KIZ waren da, extra angedreist, ja. Ja, Icky Mel hat leider ein bisschen zu früh gespielt, 13.30 Uhr, äh, war sportlich. Ja, 13.30 Uhr in sengender Hitze, aber ich bin natürlich als, als Icky Ultra der ersten Stunde war, war ich natürlich da und hab mir das mit meinem Bucket-Bett, äh, schön reingezimmert, war geil. Ja. Ja, aber schön, aber genau, und die, die hab ich auch zum ersten Mal dann kennengelernt an dem Tag, es war ein rundum, es war ein toller Tag einfach. Deutschland hat auch noch gespielt an deinem Tag, das war wirklich... Deutschland! Aber generell fand ich's ein schönes Festival, ich, äh, wie gesagt, ich war ja... Ja, aber, steigen wir schon ein in unsere Top-Filme. Erstens müssen wir ja den, den Trailer machen. Die großen Pfiff, definiert von Felix und Steffen. Genau. Ich bin bei Ratim mit K. Genau, Steffen, der Festival-Sommer ist vorbei, es war diesmal ein kurzer Festival-Sommer, ich muss sagen, dadurch, dass es jetzt doch irgendwie ein paar Auftritte waren, wir können ja mal kurz sagen, was unser Plan war eigentlich. Unser Plan war ja eigentlich, nachdem wir letzten September unser riesengroßes Konzert in Dresden gespielt haben, dachte wir wir machen jetzt mal ein bisschen Pause. Wir ziehen uns ein bisschen zurück, wir lassen die Leute mit so einem bisschen Hunger, lassen wir die mal ein bisschen, lassen die mal eine Zeit lang warten und dann kommen wir irgendwann zurück. Aber weil wir, so wie wir halt sind, nicht die Füße stillhalten können, haben wir dann gedacht so, ach naja. Also ein Festival in Österreich, ein Festival in der Schweiz und so ein Zwillingsfestival in Deutschland, das kann man doch spielen, das ist ja quasi weg sein. Wir sind ja quasi weg. Und jetzt muss ich aber sagen, jetzt haben wir das so gespielt, diesen Festival und irgendwie hat sich jetzt dadurch so angefühlt, als wären wir einfach immer noch da. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ja, wie du schon meintest, die Pause wäre auch zu lang gewesen. Es war jetzt quasi so ein bisschen kleinen Schmankerle, um die Pause zu zu versüßen und also ich fand, das hat ja auch mega gebockt. Also diese Rock am Ring schon, also es ist schon wieder das Ranking fast, aber es war trotzdem, haben wir trotzdem richtig gemacht. Und jetzt ist ja trotzdem, jetzt ist ja wieder erstmal ein bisschen Pause. Ja, das ist natürlich jetzt genau die Frage, wie lange, jetzt sind erstmal Sommerferien hier bei uns in Sachsen. Zunächst nämlich erstmal Sommerferien und dann müssen wir erstmal hier in den Urlaub fahren. Steff und ich haben Schule frei und jetzt fahren wir schön nach Italien. Ach nee, du musst ja jedes Wochenende noch auf Maloche, für dich ist ja noch mitten Festivalsommer. Ich muss noch Montage fahren, ja. Das sind meine Sommerferien, ja. Stimmt, na eben, klar, Steff, wir sind ja gar nicht, es fühlt sich für dich ja wahrscheinlich ganz anders als für mich. Ja, ich habe noch für dich frei. Für mich, ja. Für mich ist jetzt wirklich so das Gefühl, okay, krass, das war es jetzt, der Sommer, festivalmäßig. Und für dich, du bist ja noch mitten drin. Mitten, ja, wirklich. Also es geht noch bis September. Mit Tränen, als Erklärung jetzt kurz. Ja, aber ich habe ja Bock. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem mal mit der, die Top, die Top 5, der, okay, ich fange mal an mit dem letzten Platz. Muss ich wirklich sagen, der letzte Platz für mich, das ist das Clubkonzert in Berlin gewesen. Da war, ich muss sagen, ich war da einfach noch nicht so richtig drin. Das war das Konzert, was wir gemacht haben, um, für diese T-Shirt-Aktion. Ich habe mir das dann so gut geredet im Sinne von, weil, das war ja für die gute Sache und irgendwie Geld spenden, sammeln und sowas. Aber ich habe das Gefühl gehabt, da waren wir noch nicht so richtig gut. Und irgendwie, da hatte ich auch zu große Erwartungen an so ein Clubkonzert, das jetzt komplett ausrastet Modus ist. Meine Stimme hat auch am Anfang, irgendwie war die dann so, ich habe zuerst am Anfang so rumgekreischt. Irgendwie war das dann, ich bin nach dem Konzert, bin ich direkt gegangen und war so, ach, irgendwie war das komisch. Also habe ich mich selber irgendwie gedacht, so, irgendwie waren wir nicht gut. Und da habe ich nicht so gute Laune gehabt. Ach so, ja, so schlimm habe ich es nicht empfunden, aber es war zum Warmen. Nee, es ist mir nicht schlimm. Vielleicht klang es jetzt ein bisschen schlimmer jetzt. Aber das ist... Es war ja zum Reinkommen so, natürlich, da muss erst mal alles, das ganze Rost abgeklopft werden, da muss erst mal Öl reinfließen. Dafür ist es in der Warm-Up-Show auch da. Und ja, okay, wie soll ich jetzt meinen Platz finden? Wie machen wir das? Wie machen wir das sonst? Wie machen wir denn das sonst immer bei unserer berühmten Rubrik? Ich will jetzt nicht das Gleiche sagen. Nee, genau, du musst jetzt dran stehen. Die Warm-Up-Show fällt natürlich ja vollkommen ein bisschen raus. Da waren natürlich jetzt gar nicht so viele Leute da, auch kacke. Minuspunkt. Da waren nicht so viele Leute wie bei Rock am Ring, beim Esso. Ich kann mich aber, mir fällt es auch immer schwer, mich so wirklich detailliert dran zu erinnern. Aber um mal was anderes zu sagen... Das ist natürlich jetzt super für die Kategorie. Ich sag mal... Ach nee, Rock im Park. Rock im Park fand ich, haben wir richtig gut gespielt. Das war spielerisch, glaube ich, eine unserer besten Shows in meiner Erinnerung. Ich muss jetzt sagen, auch Esso natürlich. Esso, machen wir Esso auf Platz 5, weil es war natürlich die Warm-Up-Show. Da waren auch natürlich technische Problemchen. War ein bisschen anders. Fällt ein bisschen aus der Wertung, aber... Mhm. Okay, bei mir auf Platz 4 ist das Rock am... Ja, das ist natürlich jetzt echt hart. Ich glaube wirklich, dass... Ich würde mal... Ring und Rock im Park zähle ich irgendwie dann trotzdem als ein Konzert in meiner Top 5. Weil das so, das fühlt sich auch wirklich immer so an, wenn man Rock im Park gespielt hat. Na, warte mal ab. Warte mal ab. Da fühlt sich das dann so an, als ob man wirklich erst die Hälfte gespielt hätte. Also weißt du, man geht bei Rock im Park von der Bühne runter und dann hat man das Gefühl so, okay, die erste Hälfte ist gespielt. Das ist wie wenn man irgendwie in einer... Ach doch, wir haben ja fünf Konzerte. Wir haben ja... Ja, ja, ich hab eins vergessen. Siehste mal, ich kann mir das nicht... Ja. Und so war das... Und so ist für mich Rock im Ring und Rock im Park ist für mich, genau, wie wenn man in der Stadt eine Doppelshow spielt. Weißt du, das ist dann so, wenn man den ersten Abend gespielt hat, fühlt sich das nicht an wie so, okay, das war der Freitag in der... Was völlig anderes, sondern das ist so die erste Hälfte des Konzerts und dann am nächsten Tag ist die zweite Hälfte und erst dann ist man so richtig mit der Stadt als solches sozusagen fertig und hat das... Genau, deswegen, ich fand Rock im Park und Rock im Ring, das war einfach so von der Dimension einfach krass. Weißt du, so dieses... Das ist einfach so, so viele... Unser letztes Konzert, die wir gespielt haben vor der Pause, war ja in Mexiko, wo wir so kleine Clubs gespielt haben und dann dieses Extra 36 und dann, wo wir zum ersten Mal Rock im Park und Rock im Ring einfach wieder dieses so vor 50.000 Leuten oder noch mehr Leuten stehen, das war einfach... Das hat mich schon ganz schön angeschoben, Alter. Das war schon einfach... Das war sehr beeindruckend. Ich hatte so echt Momente, wo ich... Was du auch meintest, dass man so auf der Bühne steht und sagt so, ey, das genieße ich jetzt einfach gerade, weil es einfach so krass ist irgendwie und sich das selber so mal sagt, ey, man, guck dir das mal an, das ist schon krass gerade. Kirchsteppen, bei dir auf Platz 4. Ich nehme Lido Souths auf Platz 4. Es war auf jeden Fall auch sehr emotional, aber es war... Gerade am Anfang war ein bisschen Wurm drin. Es war auch, wenn du den ganzen Tag diese Sonne auf dem Schädel kriegst. Ich war am Abend auf jeden Fall schon auch so ein bisschen matschig und das hat sich so ein bisschen... Am Anfang habe ich dann noch ein bisschen gespürt und ja, mein Synthesizer, wir fangen ja an mit... In meinem Kopf und da spiele ich ja so Synthesizer und irgendwie hat der rumgemuckt, ist ausgegangen die ganze Zeit und dann habe ich nach der Show erfahren, ja, der ist heute beim Ausladen ist der runtergefallen, aber beim Soundcheck ging der eigentlich, aber dann beim Auftritt war auf jeden Fall irgendwas koscher mit dem Ding und so ging die Show schon los für mich. Da war ich so, oh, was ist das für eine Kacke? Ja, ey, das ist wirklich crazy, ne? Wenn das Konzert losgeht und irgendwas muckt rum, dann ist das voll oft so, dass man dann die ganze Show denkt so, man, irgendwie ist das scheiße, irgendwie ist das scheiß Show, aber nur weil eine komische Sache am Anfang schief gelaufen ist. Ja, das hat uns so drei, vier Songs gebraucht, dann ging es wieder, aber dann kam Schimi, Schimi, Ja, wo wir uns alle nicht so einig waren, weil wir den ein bisschen umgestellt haben, wie es jetzt weitergeht. Ich finde, wir haben es noch gut gelöst, es hat halbwegs gepasst, Max hat ein bisschen improvisiert am Schlagzeug, war eine einmalige Performance-Version, aber war trotzdem erst mal so, ach du Kacke, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das echt ein miserables Konzert. Ja, aber das ist gut, wenn du das sagst, weil das ist nämlich, das finde ich voll das gute Beispiel für so eine Panne, aber auch wie unterschiedlich wir manchmal so Musik erleben, du als der ein Instrument spielst und ich, der kein Instrument spielt und ich so, glaube ich, viel mehr in der Show, wenn du danach fragst, ob die Show gut oder schlecht war, ich viel mehr das danach bewerte, sozusagen wie die Energie so vom Publikum und so alles war und ich dann so das Gefühl habe, so, oh, das war krass und weniger, ob wir uns verspielt haben. Ich habe dann aber so in die Leute geguckt und war so, oh, die haben es gecheckt, jetzt sind sie sauer. Oh, oh, die, ich sehe dann immer gleich so die Gesichter, das lese ich dann auch ganz anders. Oh, der schüttelt mit dem Kopf, ja, es tut uns leid. Ich komme nicht mit dem Kopf. H-Pro-Foto, das noch kurz zu Rock am Ring, da haben wir, Zinn und ich, haben einfach wirklich komplett die Strophe verkackt von 500k. Stimmt. Also wir haben quasi mit der zweiten Strophe, glaube ich, angefangen und haben dann auch in der zweiten Strophe quasi das nicht hinbekommen, dann wiederum die erste zu machen und dann wirklich so richtig so, ich habe es auf der Bühne so, kennt ihr, weiß ich immer den Text, also irgendwie im Publikum, ich so, kennt ihr mir den Text und so, es war richtig Volldesaster quasi, einfach nur die, die Refrance haben dann wieder geknallt, die Strophe haben einfach nichts hingekriegt und haben uns dann so zurück im Stage teifen lassen und dann hat Tö noch so ins Mikro umgesagt so, es tut uns leid. Ja, stimmt. Das war auch legendär. Das war nicht geil. Tö einfach so aus dem Herz so, tut uns leid, dass wir es nicht hingekriegt haben. Vor allem, man hat richtig gemerkt, wie ihr die erste, also ihr habt die zweite Strophe als erstes gesungen, aber die souverän durchgezogen und dann ist euch doch erst aufgefallen bei der zweiten Strophe. Ach scheiße, fuck, da war, ist irgendwas komisch gewesen. Ja, ja. Und bei diesem Lidl-Wall-Auftritt, dieses Stellepfoto, die du gerade meinst, ist ja die von Shimi Shimiya, wo wir uns so unsicher waren und unsicher in der Hinsicht, wir haben vorher gesagt, wir probieren es so zu machen, dass ich quasi, ich sage, ob die Leute die Strophe komplett a cappella rappen können und wenn die das hinbekommen bis zur Bridge, so, dann steigen wir dann da so aus dem Nichts ein und spielen einfach alle zusammen und haben aber quasi vorher gesagt so, aber die werden das nicht hinkriegen, weil das ist ja hier keine eigene Show von uns und wir probieren es mal, wie weit sie kommen und ansonsten fange ich dann quasi wieder beim Anfang an mit denen zusammen. Sag ich, okay, dann machen wir es jetzt nochmal zusammen so mäßig und dann war das halt erstaunlicherweise, waren die wirklich extrem textsicher und haben das wirklich bis dahin komplett a cappella, die ganze Crowd so übelst laut diesen Text an und dann aber waren wir uns irgendwie dann trotzdem unsicher, wie wir so den Einstieg machen würden und haben das so voll verkrepelt. Ich dachte halt, weil du, du hast ja nochmal angesetzt, du hast quasi die Leute ja nicht alleine singen lassen, du hast zweimal so Hilfe gegeben. Ich habe nur die letzte Zeile mitgesongen mit denen und das hatten wir auch vorher so ausgemacht, dass wir dann, dass wir so halbwegs ab einer Geschwindigkeit sind alle miteinander. Na jedenfalls haben wir dann alle komplett unterschiedlich irgendwie angefangen, es war total verstolpert, aber trotzdem ist in meinem Kopf ja geblieben nicht, ach fuck, wir haben uns verspielt, sondern ey krass, die Leute haben das so komplett bis dahin gerappt so. Okay. Weißt du, also in meinem Kopf war das voll die positive Stelle, aber für alle, die ein Instrument spielen, war das so, oh man, fuck, wir haben uns übelst verhauen, wir sind kaum zusammengekommen. Und du musst ja auch nicht abbrechen, deswegen. Bei mir auf Platz 3 ist das Greenfield Festival in der Schweiz. Das Greenfield Festival in der Schweiz ist ein Festival, das ist manchmal so, darüber haben wir glaube ich auch in der vorigen Sendung gesagt, wo am Abend noch Green Day gespielt hat. Und meine Erwartungen waren wirklich nicht allzu hoch. Ich dachte so ein bisschen so, ja okay, wir sind jetzt hier so die Indie-Band, die eigentlich auf einem Rock, Hardrock-Metal-Festival spielte vor uns, da haben so Bands gespielt wie so Feuerschwanz und so, wo so Ritter auf der Bühne waren und so und so. Es wurden so Ritter mit Schwertern und Äxten und Feuer und Dudelsack. Und es wurden so unironisch so Pommesgabeln so in die Luft die ganze Zeit gehalten und so. Und ich dachte wirklich, okay, das wird jetzt eine, da müssen wir uns echt reinkämpfen in die Show. Und dann spielen wir los und es ist einfach nur übelst geil. Ja. Und ich war so, das Festival hatte auch so eine voll angenehme Größe. Wir waren tagsüber, waren wir dann noch so in den Bergen rumspazieren und so. Und ich war so übelst überrascht von dem Konzert, wie schön es war. Und dann immer in diesem Bergpanorama und so. Das war richtig geil. Das war richtig geil. Ja. Das einzige Problem, weswegen das nicht weiter oben ist bei mir, dass ich, ich hab das so gefühlt plötzlich so, dass dieses, diese Energie vom Publikum und diese ganze, dass ich so, ich war dann so ein bisschen drüber und bin dann so spontan ins Publikum reingesprungen. Ah ja. Und hab so ein Stage-Dive gemacht. Also nicht so ein Crowd-Surfer, was wir sonst noch machen, sondern wirklich so von der Bühne einfach so über den Zaun so in die Crowds reingesprungen. Ach du, Arschbombe. Und früher hab ich mich für sowas, also weißt du, da hab ich sowas öfter noch gemacht, da hab ich mich so vorbereitet, hab ich so vorher die In-Ears rausgemacht, manchmal hab ich sogar die Hosenträger abgemacht. Und diesmal war das wirklich so eine spontane Eingebung, mehr oder weniger. Und dann springe ich so, fliege, die Leute fangen mich auch gut auf, aber ich knalle mit meinem Ohr auf so eine Hand drauf von jemandem. Also ich lande so ein bisschen seitlich. Ach, deswegen hat's so geblutet, das war das. Jetzt, also hast du mir die Pointe quasi rausgegeben. Genau, ich lande quasi auf meinem Ohr. Da bin ich bekannt. Aua, 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 das hat jetzt aber weh. Hab in meinem Ohr noch diesen In-Ear drin gehabt, also diesen Kopfhörer, worauf wir so unsere Musik hören. Und dann taumel ich quasi auf die Bühne zurück, so bin so, äh, und dann wir verfolgen uns, ich geh in den Backstage, mach diesen Kopfhörer raus und mir läuft einfach, aus meinem Ohr so ein Rinnsal Blut raus. Und das ist, und das ist wirklich für Musiker, ist das wirklich, das ist nichts, was du gerne siehst, wenn dir aus deinem Ohr Blut rausläuft. Und ich dachte die ganze Zeit so, Mann, Alter, ich bin so, ich bin so, du bist so ein Trottel, du bist so ein Trottel, dass du das jetzt einfach, da hast du es einfach mal wieder irgendwie übertrieben, hast einfach zu sehr gefühlt, du bist, bist hier reingesprungen, ohne nachzudenken, du bist so ein Trottel, jetzt hast du deinen Trommelfell kaputt gemacht und so. Und dann hab ich aber relativ schnell gemerkt, so schlimm kann es nicht sein, weil es tut nicht so doll weh. Und bin dann zum Ohrenarzt gegangen in Chemnitz nochmal und der hat dann mir auch bestätigt, so dass da ist, am Trommelfell ist nichts gewesen und du hast nur so eine äußere Verletzung gehabt. Aber da dachte ich, aber ich bin dann quasi nach dieser geilen Show mit diesem Schrecken, das war dann so ein ziemlicher Achterbahnfahrt der Gefühle irgendwie für mich, deswegen kommt die Show dann nicht noch weiter oben. Steffen, bei dir dein Platz drei. Blut im Ohr. Wenn man viel Blut hört, den Künstler, da hat man... Okay, ich bin dran. Mir ist gerade eingefallen, ich hab was geträumt nach diesem Sprung, der hat mich auch dann noch beschäftigt anscheinend. So hab ich geträumt, dass du nur mit Unterhose gestaged-difft bist und wir waren alle so, ist der doof, die reißen dem doch die Unterhose weg und dann ist der nackt. Und dann so, nein Felix, bist du bescheuert, die ziehen doch an dich und dann haben die so, da hat sie so eine enge Unterhose angehabt und die haben da natürlich dran gezogen und wir so, nein, ist der doof. Und dann weiß ich, aber da bin ich glaube ich vor Schreck aufgewacht. Ja, das ist mir ja mal so ähnlich passiert. Die hatte ich ja schon mal auseinandergenommen. Ja, davon haben wir ja schon mal, davon hab ich ja immer noch so ein leichtes Trauma von diesem, ja, da dachte ich, es ginge leichter, bergauf zu stage, äh, zu crowdsurfen und das ist wirklich, kann ich absolut nicht empfehlen. Also quasi, kann man sich schwer vorstellen, wenn die Bühne quasi erhöht steht und das Publikum ist so leicht abfallend und man will quasi zurück zur Bühne crowdsurfen und muss dafür aber so leicht bergauf und das ist wirklich sehr, sehr anstrengend und sehr schwierig und ich kam nicht so richtig voran und dann haben die Leute so angefangen so an meinen Sachen rumzuzuppeln und dann war erst der Schuh weg, dann waren so die Socken weg und dann ging es halt los, die wirklich in meine Hose mir so runterziehen und das war so, das wurde live übertragen, glaube ich auch, es war so richtig demütigend quasi, also wirklich. Das war wie so zu Fraßvorwerfen, weil hinten waren dann auch so wahrscheinlich noch die aggressiveren Leute, die, was, jetzt haben wir den. Ja, und dann habe ich wirklich mit letzter Kraft habe ich so geschafft, so in die Arme mich so zu retten von so einem Seekuh, der so, die Arme so ausgebreitet hat, also der so, mich so reinziehen wollte aus dem tosenden Meer und das Festival, weiß ich gar nicht mehr, das gibt es, gab es glaube ich nur ein einziges Jahr, das war am Hockenheimring, naja, lange Rede, kurzer Sinn, Bergaufstage, Crowdsurfen Leute, keine gute Idee. Nicht nachmachen. Platz vier habe ich Lido. Was habe ich da? Lido. Lido, stimmt, Lido Sounds. Jetzt kommt dein Platz rein. Ein schönes Festival ist, wollte ich mal sagen, die Leute waren sehr nett, das Line-Up war geil, ich mag ja auch so Städte-Festivals, weil das so ein schönes Ambiente, so eine schöne Kulisse hat, egal. Gut, auf Platz, ich nehme auf Platz drei dieses Leipzig-Konzert, diese Landstreicher-Geburtstagsparty, eigentlich auch nur aus dem Grund, dass ich die anderen besser fande. War auch schön, war auch ein bisschen halt so eine kleinere, wir haben Secret-mäßig, sind wir da aus der Torte gesprungen, aber ich habe da jetzt auch gar nicht mehr so die krasse Erinnerung dran, deswegen, niemand hat geblutet, nix, wir haben sauber durchgespielt, keine Besonderheit, solider Platz drei. Bei mir auf Platz zwei ist das Lido-Festival, Steffen, ich muss wirklich sagen, ich fand das rundum eigentlich perfekt, es war für mich ein absolut Top-Line-Up, mich haben ganz viele Acts interessiert, OG Keyword noch gespielt, Bibiz habe ich mal gesehen, Icky Mel, dann halt Haufen, Haufen Freunde und Bekannte im Backstage gewesen, tagsüber waren wir noch kurz am See, ich hatte abends, ich hatte so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen, K.E.Z., die haben ja, die haben ja ihr Album gerade rausgebracht, die sind gerade the latest shit, die sind gerade, wir haben ja auch in der letzten Folge über dieses Album geredet, das ist einfach wirklich mega geil, die haben ja zwei Alben rausgebracht, die beide mega lustig sind und S.O.B. mega gut sind, eine ist ein bisschen mehr lustig und das andere ein bisschen mehr traurig, aber genau, und die haben vor uns gespielt, wir waren quasi Headliner an dem Tag, wir haben dieses riesige Festival geheadlined an diesem Tag, und es war super heiß, den ganzen Tag über schon, und dann spielen vor uns K.E.Z., die so absolut gerade on peak sind mäßig und es gibt so absolut Mayhem, Publikum rastet aus und so und ich dachte dann so, oh Mann, jetzt ist das so stimmt, wir kommen jetzt auf die Bühne und es wird so, und man wird den Leuten so anmerken, dass die einfach so durch vom Tag und vielleicht auch so ein bisschen, dass man so denkt, oh Mann, vielleicht hätten einfach K.E.Z. Headliner spielen sollen und wir davor, wir sind eine ähnliche Größe, so. Wir hatten das ja schon mal auf dem Frequency, da hat K.E.Z. auch vor uns gespielt und da haben die Leute wirklich auseinandergenommen, so ausgemolken, so mega heiß und dann sind wir auf die Bühne gekommen und dann hat es die Leute für mich angesehen, das K.E.Z. schon hier tausendmal hoch, runter, springen, klatschen, schlagen, ja, wir hatten da nur noch so wie so Festival-Zombies teilweise. Genau, aber diesmal war es nicht so. Genau, und diesmal war es, also muss ich wirklich sagen, wir sind auf die Bühne und es war wirklich ganz schön geil. Und die Crowd war wirklich, nee, und ich hatte dann auch so einen Moment, wo ich dachte so, ja, das haut schon hin, dass wir hier Headliner sind, so, da dachte ich schon so, ey, das ist schon, das ist schon fett. Und dann nach der, und dann nach der Show halt noch mit dem Geburtstag verhalten, deswegen, ich fand es echt, richtig top. Top 2 bei dir. Steffen, bei dir Platz 2. Die Liste haut überhaupt nicht hin, die ist überhaupt gar nicht aussagekräftig, ich will eigentlich gar nicht Rock im Park so und, ja, ich nehme da jetzt Greenfield, ja, dann ist so richtig so, ja doch, ich nehme Greenfield. Du bist einfach ein Fan der Schweiz, das Catering muss ich auch sagen, die Kulisse war schön. Catering in Greenfield war das Beste. Uwe Martina eingedeckt. Die haben live Pizza gemacht die ganze Zeit. Ja, aber das fand ich ehrlich gesagt, man kommt ja oft mal zu einem Backstage, ich habe Hunger, ich will was essen und dann wird dann vor dir halt erstmal vorbereitet und dann stehst du da noch 10 Minuten und wachtest auf deine Pasta. Hat Vor- und Nachteile, muss ich sagen, aber immer trotzdem. Das ist so geil, das ist so ein, so, ja, so einen eigenen Privatkoch zu haben, ist ja auch voll der Nachteil, weißt du, weil man kann ja, wenn man einfach zum Döner geht, dann kriegt man einfach Döner. Bei so einem Privatkoch, da musst du echt immer warten, bis der was gekocht hat. Das nervt ja auch. Nee, ich fand es ein bisschen unnötig, also man kann, finde ich, so eine Pasta einfach locker vorbereiten, was willst du haben, das, zack, zack. man muss da jetzt nicht anfangen, Nudeln mit Pesto vor deiner Nase noch 10 Minuten in der Pfanne zu schwenken, es ist so, ja, naja. Steffen, Steffen, du ziehst das Ganze bei Pianoaktionären. Ich höre das niemand. war Pianoaktionäre und kriegen jetzt hier direkt den Verkaufsdruck. Wenn sie jetzt noch nicht abgesprungen sind. Aber deswegen, aber die Kulisse mit den Bergen, wo die Sonne dann so unterging, das war auch schon eindrucksvoll. Okay, bei mir Platz 1. Wie würde mich interessieren, also, ich denke, unser Podcast, wir haben ja letztes Mal eine Umfrage gemacht, wann die Leute diesen Podcast hören, früh, mittags, abends, und da haben, 24% haben morgens gesagt, 18% abends, also Tendenz ja schon eher morgens, aber 56% haben gesagt, irgendwo dazwischen. Und die nächste Umfrage, die ich eigentlich gerne machen würde, aber das kann man irgendwie schwer in eine Umfrage, also, worauf ich hinaus will, Steffen, diese Top 5, die wir gerade machen, interessiert die irgendjemand außer uns beiden und so Hardcore-Kraftclub-Fans? Die sind wirklich so, also so, ja, bezweifle ich ein bisschen. Gut. Ja, wieso ein bisschen Background wissen, was die Leute gar nicht so mitbekommen? Was passiert hinter den Kulissen? Was ist gegen uns während dem Kopf? Dass du mit Schweiß und Blut da von der Bühne gegangen bist, das erfährst du nur hier. Stimmt. Gut, Steffen, bei mir mein Platz 1 der Top 5 Kraftstoff-Konzerte diesen Sommer ist für mich, war wirklich dieses Leipzig-Konzert. Zu kurzen Erklärungen, die Firma Landstreicher-Konzerte hat ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert und hat das in Leipzig in so einem kleinen Mini-Festival im Felsenkeller und im Garten draußen und so drumherum gemacht und hat quasi das so, also ich glaube, eigentlich dürfen in den Felsenkeller irgendwie so anderthalbtausend Leute oder so und dadurch, dass ich aber gedacht habe, es gibt ja draußen auch noch Floors und so, haben die, glaube ich, irgendwie da knapp gefühlt, sag ich jetzt mal. Das waren da halt irgendwie 2000 Leute und die waren alle packt in diesem Raum drin. Wir sind auf die Bühne gekommen, erster Song war einfach Songs verlieren direkt und es war so direkt Mayhem und einfach so, das war wirklich von der ganzen Energie und dann war halt da, der Tagsüber haben wir noch Freunde aus Chemnitz getroffen und die Blondes waren da und es war alles so sehr Family-mäßig und ein richtig schöner Tag auch in Leipzig. Wir sind ja die ganze Zeit da rumspaziert, haben da irgendwie auf der Wiese abgehangen und ja, das war für mich der rundeste Tag irgendwie von dem ganzen Sommer. War richtig, richtig geil. Stimmt. Der Tag war schön, wir durften zwar nicht paddeln, wir wollten paddeln, wurde uns verboten von dem Paddelverleih wegen Hochwasser. Ich meine, die Strömung ist so ferner, finde ich okay. Auf meinem Platz 1 nehme ich jetzt Rock am Ring, weil das war wirklich ein gutes Konzert, die Leute waren gut drauf und die Kulisse war es einfach und ich fand es auch gut, ja, jetzt nochmal, dass man wirklich ja, mal so in sich gehen konnte und das einfach mal so ein bisschen mal genießen konnte und auf sich wirken lassen, was ja der seltenste Fall ist und ja, mein Platz 1. Steffen, Rock am Ring, richtig Rock am Ring. Endlich mal wieder Rock am Ring und ich rappe am Ring. Sag ich, Mann, das Line-Up dieses Mal mache ich, rock ich da. Ja, ey, geil, Steffen, und vor allem das Interessante ist jetzt wirklich, er ist mal der Abwinder, das waren sie, die großen Fünf. Hier bei Karten. Nee, aber wirklich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wann wir wieder Konzerte spielen als Band mit dem K. Ich weiß es auch nicht. Das ist jetzt noch gar nicht so richtig. Wir haben noch nichts in Planung, es tut uns leid, aber habt auch warm. Wir machen es auf jeden Fall so, also diesen Sommer auf jeden Fall nicht mehr und für den nächsten Sommer, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, Steffen, ist ehrlicherweise auch noch nicht so richtig geplant. Vielleicht machen wir jetzt mal so ein bisschen längeren Break und da muss man mal wieder Luft reinkommen, die Ohren müssen heilen. Da muss man ein bisschen Luft dran lassen. Du musst den Synthesizer erst mal präparieren, das kann, das dauert. Das dauert. Aber wir bleiben hier stets zu Diensten bei Radio mit K. Das bleibt erhalten. Ihr bleibt ja auch up to date, wann es mal wieder losgeht. Ja. Ich hatte noch eine Frage, ist dein Portemonnaie wieder aufgetaucht eigentlich? Nein, das ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Ich habe schon die ersten Sachen jetzt neu beantragt. Ich habe jetzt schon eine neue Krankenkarte beantragt und ich habe jetzt schon eine Kreditkarte da. Die Sache mit dem Ausweis, da wurde mir jetzt noch mehrmals gesagt, dass das an sich sozusagen braucht man jetzt nicht sofort, also der gebe ich mal noch ein bisschen länger und Führerschein, ja, werde ich jetzt noch machen müssen leider. Scheiße, ärgerlich. Ich hätte echt gedacht, das kommt, aber irgendwie, vielleicht hat es einen Reiher gepackt und ist weggeflogen nach Spanien mit dem Portemonnaie oder so. So ein Portemonnaie-Reiher, so ein Geld-Reiher. Na ja, ja, ich bin an dem Punkt, dass mittlerweile, ich sage mir so, ich gönne es der Person, die es gefunden hat. Ich habe ein Zitat aufgeschrieben, vielleicht tut das dich ein bisschen aufbauen, und zwar stammt das Zitat von Robert Wardlow. Das war Zeit seines Lebens, also der war der größte Mann der Welt bis jetzt. Der war 2,72 Meter und Zeit seines Lebens hat er immer wieder mit Vorwürfen und so Mobbingversuchen und so wurde der natürlich immer gehänselt und darauf hat er immer gesagt, da stehe ich drüber. Okay. Steffen, das ist ja, das passt ja, ich muss sagen, das ist eine true story. Die passt ja wirklich wie Faust auf Eimer hier auf meine Situation. Das ist ja wirklich erstaunlich, wie du für jede Lebenssituation das passende Zitat parat hast. Ja, das ist ja, das Leben muss weitergehen. Go for it, live like once in a part in the living. Gut, Leute, damit dieser Weißheit würde ich jetzt euch auch mal hier in den Sommer entlassen. Macht euch schöne Sommerferien. Steffen muss noch einen Song spielen hier bei Radio mit K und dann macht euch erstmal schöne Sommerferien. Wenn ihr in Bayern lebt, dann müsst ihr aber noch ein bisschen an euch gedulden. Ja, in Sachsen, die Sommerferien hören dann auf, wenn der Sommer losgeht, habe ich jetzt gehört. Egal. Ich habe eh keine Sommerferien, ich bleibe am Ball und ich würde euch jetzt gerne verabschieden auch mit, ich habe hier eine ganz heiße Rockpfanne auf dem Herd von einer Band, die nennt sich Jail, also wie Gel. Ist mal ein bisschen wieder ein paar härtere Töne jetzt auch nach den ganzen Rockfestivals dachte ich mir, kann man das auch mal wieder spielen. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr dann auch abschalten. Aber jetzt kommt hier Jail mit Persona heißt der Song und viel Spaß, wir sehen uns nächste Woche. Bis denen. Macht's gut, Leute. Ciao. Bussi Baba. Bye. 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 Bye.